schon jetzt herzlich willkommen zu let's play minecraft hier zurück mit der kartoffel also quasi commander cookie und den kreis von mein kanal natürlich den kennen jetzt einige von der battle box ja moin sehens ja genau würde ich auch mal sagen so ihr geilen schnittchen so es war ein wort geklaut sieht aus wie immer so aus anstieg am ficken fabio wir gehen jetzt wir gehen jetzt mal kurz hinter und suchen uns den hafenplatz wir haben wir auch schon eine stelle gefunden dafür brauchen wir aber jetzt auch sachen kannst du stein mitnehmen und ich nehme holz mit ja damit hatte so ein bisschen auf was hat lauter hast du einen bestimmten ort wo ich die zuckerrohrfarm hinbauen soll ich die vielleicht hier ins farm gelände er einbauen oder das ist eigentlich egal wo das hinbaust du brauchst du nicht mich zu fragen ja ich würde sagen hier machen wir unsere farm area oder ja mach mal machen wir das immer so die bauern gebiet war also ich geil wäre wenn das hier das ganze gebiet aus weizen bestehen wird das können wir machen das ist nicht so problematisch das wäre mal echt voll geil auf jeden fall mal ein teil vielleicht hier einfach den berg hier runter oder so schau ich mal vielleicht mache ich das diese folge sogar noch fahrer zu essen ich habe vergessen was mitzunehmen erwarte ich brauche eine biaunwort das fängt vorher geil an alter und immer witz jungen was einen kleinen schnippine das ist ja nicht wissen sie kann zu den was gerade im penis angekommen wir haben hier voll wenig essen er sind los das haben wir alles mit rüber genommen in die monsterfalle cracky wir fahren jetzt mal kurz zum wenn du rüber fährst kannst du mir redstone mitnehmen aus der redstone kiste bitte was brauchst du redstone bringen wir mal zwei stacks mit bitte wir laufen da direkt nöppig hin wir kommen dann nicht mehr zurück sind dann verschollt scheiße finde ich aber ungünstig die andere anderen ding muss zu gehen ok als sonst kommst du nicht daran wo ich ankomme da fährst du nicht weit ja muss ich beschildern siehst du mir habe ich gesagt du sollst das schilder hin pflanzen ja kommt schon noch ja genau ja jetzt sind wir insgesamt eigentlich ja fünf leute auf den server ne im moment ja eigentlich nur drei aber ja was soll es insgesamt werden es eigentlich sechs leute aber ich glaube bin ich mir überfragt ob der überhaupt noch kommen ich glaube nicht mehr so schnell aber naja wenn du bist unterwegs ja ich glaube ich bin bald doch ok fahrrad in den tunnel lang du kannst ja sowieso ein bisschen die ja juhu als geht es sexier mit schiff musst du aufsteigen schiff das ist einfach zurückfahren ist wirst du hast du hast die schiene noch nicht repariert welche der redstone facke ja das machst du jetzt auch dann so wir gehen jetzt runter und holt unser zeug ja wir vermuten dass crank jetzt auch demnächst auch die ganze zeit dabei sein wird na wir hoffen sagen wir so ok ist die andere leute die da und irgendwie nicht zusammenkommen wir reden von niemandem bestimmten ne echt nicht so ich nehme ein paar kartoffeln mit also kannst du auch bedienen wie du willst habe ich dicke lümmel gerassiert nee Stein was wollte ich mit wer sollte Stein mitnehmen du ne ja gut dann nehme ich noch raus mit da ist Stein übrigens ich habe eh Stein achso hast du sehr gut haben wir haben wir uns ausgerüstet war ja startklar sehr gut gut dann auf zur stelle ich bin aber noch nicht so ganz ich habe noch nicht so wirklich eine idee wie hast du denn eine idee ich weiß nicht mal wie das territorium dafür aussieht ja genau dass das da lass doch mal hingehen und dann lass uns mal gucken ja sollst linie darüber gucken wir hatten arsch offen alles würde ich sagen ja ich komme voll durcheinander mit dem namen ich komme schon ich komme schon keine sorge ich mache letztes mal jetzt ist was geil wir ich moderiere was war das battle box ne genau moderiere die battle box an was sage ich ich cranky das war fett verspreche ich mir sollte anti demenz pill nehmen ja voll geil ich hab dich verloren jetzt links hast du da ich hab mir gelöst das läuft mir gerade ich weiß nicht irgendwie kann ich jetzt nicht nachgucken will ich jetzt auch nicht nachgucken stimmt dass der heute keine zwei bildschirme ich hätte normalerweise drei bildschirme aber alle drei sind unterwegs ja oder in was habe ich bei den schienen noch nicht gerichtet bieren ja beim tunnel da gibt es eine power rail die nicht aktiviert ist doch nein hier ist sogar kriege freund hängen geblieben mister kartoffel ja recht mal wo war denn die war der geht gar am ende mittendrin warum habe ich die dann gerade überfahren und du hast ja auch anscheinend überfahren oder ich habe die überfahren ja komischerweise das funktioniert ich auch wir haben anfang auch aber wo er zurückgefahren ist hänger geblieben so das hast du viel fleisch dabei ist das schon gebraten wenn du hast äpfel schaute gerade so ein bisschen fleischig aus so also das ist hier das territorium laut jemons anweisung in dem krat in dem bereich hier oder wie ich habe vielleicht überlegt ob mir hier an den an den wänden häuser hochziehen also jetzt häuser an die wand klatschen die so hängen da dort und weiß ja aber nicht das so aussieht wie bei dem anderen was wir machen ja nein bringen wir nicht durcheinander so die frage wie gehen wir das an wir sollten das vielleicht erst mal mit holz ausstatten ich mache uns jetzt hier meine crafting box ja so warum habe ich eigentlich verrottete fleisch dabei diese verrottete fleisch hier guck mal irgendwann sammeln sowieso einen dann ja ich bin das offen simon kauft den neuen stuhl schmeiße hier mal kurz sachen ja da scheiße zu dunkeln das war eine zu viel was machen wir denn jetzt ich habe facken aber nur dezent ich habe facken da hinten ist kohle das ist mir jedenfalls das war geil hast du ein schwert warte ich mache dir mal ganz eins ich habe ein bisschen eisen da schmeißt die sind ne fuck jo du hure weg mit der scheiße alter ich habe glaube ich scheiße gebaut die habe ich okay passt ich weiß immer noch nicht was du machen willst ich will das jetzt hier mit so haupt ausfüllen das wird den boden oder was ja so wieso ach komm ey es wird uns jetzt freuen und so das hat da bis sich das mal abbaut wie es mich an die fahrer hat man das zeigen habt ihr euch von e3 das zeugs angeguckt ja wir waren live dabei ich nicht ich hatte kein internet ich habe nur mitgekriegt dass endlich gta für ein pc angekündigt wurde freuen wir uns ja und die grafik die grafik wie ich mich hier verbaut kack mir macht die aber er ja die grafik ja die grafik wird auch hochgepusht naja zum glück also und hoffentlich auch die fps das anlockt sie ist dieser wahnsinn hatte ich hoffe jahrhundertbruch oh scheiße habe ich hier kein schiff ja doch ne ich hatte das wasser gefallen obwohl ich schiff willst du da so nüppel rein haben oder war das verbaut aber verbaut grenzibile bauart ja und dann stellst du hier meine bauarte oder was niemals tun da ist eine hülle erstmal überbauen ich hab fett hunger gerade gekriegt ne ach scheiße menschlichen hunger oder ingame hunger menschlichen hunger hab ich auch ist der nicht menschlich da drin oder was hm ist der nicht menschlich hier jetzt mal reinfallen ich musste mal der artflip holen die hatten abgang gemacht so komm ich jetzt hier wieder raus ich hab fett hunger hab ich schon erwähnt da kommt ein zombie voll geil cranky kümmer du dich mal um den hast du ihm ein schwert gegeben ja nie weiß dann würde ich das auch nicht sagen los wir gehen in den kampf ohne schwert geht schon schnell zu leid war gerade das werde ich jetzt die ganze zeit sagen was denn das ist die junge art oh man ja was denn bist du auch nicht wirklich besser was scheiße was ja was ich war gerade in schwarven oder wo ich auch immer ne ich war in der nähe von köln ne da hab ich mit zwei schwulen geredet du bist ja schwul das wusste man ja schon rein schätzelein er hat jetzt was neues ne schätzelein schätzelein scherz außerdem oh ne alter was ist los das wird der laune ist gerade es kommt ja mit scherzern auf du hoch du tritt die B gehört Prozent 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 ja tut Not das geht gut ne nee nee kommt zu einer rundumdings ja ach so ja wir stehen hier wir schauen sich hier gerade ein Pornor an hm was steht da noch voll ausrüst Herr Topfel mach die Kacke aus ach was Herr Topf Herr lauter und Bildschirmübertragung ach ja er was ich schau kein Pornor an hm äh Craig was hast du jetzt alles nicht wisk werkzeugmäßig ich habe keine Axt keine Schaufel mhm und halt äh das wie heißt das Samenumgrabe aufgrabeding ja gut das brauchst du jetzt nicht unbedingt ja ja wie schmeißt ihr da warte ey warum hast du dich nicht völlig ausgerüstet verstehe ich nicht hab ich nicht gefunden so hat man nichts mehr ok jetzt hast du beides Zeug schuld ja genau ähm ja Cookie kriegt aufs Maul ah aber ich muss ja nach draußen arbeiten ich arme geh doch pennen das bringt ja nicht viel wenn ihr nicht pennen geht wir sind im Bett ja 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 aber es bringt mir ja nichts wenn ihr im real life im Bett seid ne was soll das jetzt was soll das wieder für eine Unterstellung sein keine Ahnung fuck wollte ich jetzt nicht weil sie ja jetzt eigentlich gerade rausführen so weil ich vermute also Craig wie was hast du jetzt grad für Fantasien ja dir zugucken was du da vor hast ja warte okay warte so ähm dass wir das jetzt das hier so der Hochgang zu einem Haus und dass wir hier ein Haus anbringen das ein wenig warte hm das im Berg drin ist oder dann dass das hier so eine Mitte ist da wo der Weg hoch geht das sollte ein bisschen herausstehen und zwar so warte kannst du mir ein bisschen Stein noch geben ja der voll sexy von dir musste ich nur vor okay für Stern das nur mitgenommen ich hab noch eins sieben Stacks hab ich noch haha okay das ist ich